Ich habe irgendwie heute Bock, irgendwelche Sieg tun. Okay, ich mach, ich mach gut. Ne, klar ist was los mit dir, ich versteh dich wirklich nichts. Wenn doch Nightbot das zu uns macht, warum brauchst du das dann? Boxing! Okay, Deagle ist da. Dropgun Easer. Skowboys. Mit dem Mümpel kommt das schon wieder her. Boxing Man. Boxing Man, hast du morgen Schule? Ähm, ja. Ich hab jetzt gerade von 14 Uhr bis jetzt gespenzt. Oh, Minigam. Miss Minigam haben einen Mumpel. Ähm, die haste den Biest damit. Ich hoffe, hier ist keine Glanz. Ich hoffe so. Max Man, komm ich, ich gebe dir Minis. Na gut, ich sag's dir Niklas, wenn du das unbedingt wissen willst, das ist eigentlich komplett unnötig, weil das Nightbot schon für dich passt, aber ich sag's dir. Also Niklas, du gehst auf deinen Kanal. Hast Munition, hast du, komm. Oben, oben ganz rechts sind drei Punkte, dann drückst du auf Teilen, dann wird die URL von dir kopiert, dann gehst du wieder in den Chat, drückst auf Schreiben, hältst dein Finger lang gedrückt, dann kommt Zwischenablage raus und dann wählst du deinen Link aus und drückst auf Schicken. Da ist es easy. Oh. Auch wenn das komplett unnötig ist zu wissen, aber okay. Komm, ich gebe dir Minis wachsen, ey. Ist okay. Bitteschön. Ja, ich hab grad selber gefunden. Ich war grad mit Niklas im Kopf so. Kann doch mal auf Handy zocken. Ja. Warum nicht? Kann man ja mal auf Handy zocken. Ich hab doch S8, deswegen. Uli, S8? Ja, geil. Ne, du, Max. Ich bin mal gespannt, wie du auf Handy bist, man. Okay, da bin ich nicht so gut. Ja, morgen. Auch Handy ist schon schwer. Da denk ich mir auch. Ich bin das noch so, ne? Auf Handy schwer, ja. Also, wenn ich auf Handy zocken würde ich wär, glaub ich, der größte Go aller Zeiten. Der größte Go. Schlimmer als Trimax und das irgendwie hundertfach. Spill mal auf Handybox, mein. Egal. Ich hab nicht mal so ein krasses Handy für Fortnäut. Wollt ein richtig gut sein. Hast du für Handy? Nee, doch, aber kein gutes. Wollt sie. Jo. Ah ja, ich hab noch ein bisschen Heilung, das hab ich ja voll vergessen zu sagen. Äh, Sherifa, genau, hier bist du. Perfekt. Und Sherifa, komm, ich gebe dir Minis, komm. So. Mach auf, welche. Sherifa hat alles, was er braucht. Ich hab die gebt. Äh. Oh, nur eine Minis. Hier ist AK, wenn ihr wollt. Mumpel, komm, ich gebe dir. Nicht tränke, ich rief. Achso, okay. Und ganz wichtig natürlich, Leute, alle mal bitte das neue Mitglied Abdel auf jeden Fall abonnieren auf ihren Basis. Einfach nur auf seinen Kanal gehen, ein kurzes Abo da lassen, dauert nur zwei Sekunden, tut nicht weh, ist kostenlos und supportet ihn halt mega heftig. Auf Handy ist Kaka, hat Ducky geschrieben. Was wolltest du mir sagen, Bro? Sherifa? Kannst du, äh, diesen Bugfisch-Skin, diesen Fisch-Skin? Äh, den Fisch-Skin hab ich. Ja, der ist voll geil eigentlich. Ja. Ich find den auch geil, den spiel ich immer gern. Das heißt, warum Leute immer sagen, der ist voll schlecht oder so? Deg, das sagen die alle nur, weil das Abo Red einmal gesagt hat. Deswegen, weißt du? Er hat das einmal gesagt, hat gesagt, ja der Skin ist ja voll scheiße, als er rausgekommen ist, weißt du? Und da gibt's halt viele Leute, die jetzt diese Meinung haben einfach. Boxing-Dump, da hast du eine Tag oder so? Nee, ich hab nur ne Deagle. That's my life, ich hab ne Deagle. Du brauchst nur ne Deagle, ich kann dir eine Waffe geben. Nee, nee, ich mein, ich hab Sturmgewehr, Deagle, SMG und dann noch Drumgun, aber keine Schotgun. Und was? Hab ich, äh, Drumgun? Ja, okay, brauchst du ja eh nicht. Du kannst diese blauen Seifen finden. Uh, ich hab blau. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. So, ich hab 1000 Mets. Ich hoffe, hier geht auch noch ein bisschen was. 1000 Mets? Ja, 1000 Mets, ich hab gefarmt, Bruder. Dein Ernst? Ja, ich hab gefarmt. Aber Boxing, wie viele Runden darf ich bis hier spielen? Äh, die ganze Zeit, Bruder. Jeden Tag. Jeden Tag. Immer, immer wenn ich online bin. Das ist zu geil. Das ist zu geil. Da ist Gegner da. Du seid hier. Es gibt keine Begrenzung fürs Zocken. Was streamst du morgen? Äh, 17 Uhr war das. Wegen Schule. Wegen Schule. Äh, ich komm mal rein. Ich bin dir verschraubt, wie lecker, lecker. Ich geb dir meine Dugel. Oh, mir ist Kugel, aber auch ist mein, komm. Ja. Oder Sherika. Ja. Ja, was? Hier ist Kugler. Ja, wo? Was? Kannst du mich bitte Abdel nennen? Machen wir. Was willst du? Äh, dass wir ihn Abdel nennen. Einfach Abdel. Komm, Boxman. Hier ist Kugler. Bitte mich folgen. Miau. Greif mich an, Boxman. Greif mich an. Aber Stieg hat noch 2, ne? 2 und nur 2. Greif mich an, Boxman. Greif mich an, Boxman. Greif 4. Hast du? Okay, gut. muss man schauen muss ganze zeit erst seit den boxen ich bin im haus ich habe ein total geht ich habe mich kurz verkochen ich habe guter spieler ich habe guter spieler getötet noch ein gegner Ich dachte, das wäre ein Gegner, das ist einfach in die Brand. Ja da, vorne. Hm, das ist. Ach da. Oh Gott, ein Pum. Hab ich auch. Nice. Hier ist Blau, ein Pum. Ja, ich komm. Ich hab noch ein Gegner. Mumpel, das genau da, wo du grad bist. Pass auf. Oh, Zone, komm. Ich komm mit, ich komm mit. Gut gemacht, Mumpel. Nice. Boah, lass mal, lass mal Schäden färfen. Hat jemand Shotgun im Mund oder so? Ein bisschen Shotgun im Mund. Oh, ich hab 76 Muniz. Oh, oh, oh. Und die? Äh, hier sind noch ein paar Hängengleiter, ihr müsst auf jeden Fall mitnehmen. Ich hab so viele Muniz so, Maxi, man. Geil. Was willst du das? Hängengleiter brauch ich. Ja. Äh, Shopgun Muniz so, meinst du? Ja, genau, ich hab 8, deswegen. Ach. Ach, nur 8, nur 8. Und äh, ich hab hier noch 3 Minis. Im Sturmquermonizum hab ich 588. Ich will, ich brauch nur einen, Mumpel. Will noch jemand Hängengleiter hier? Ich will. Ne, ich will nicht. Nimm mal den neuen Bomber mit. Greif mich an, Boxman, hast du Kugel? Ach so, ne, okay. Nein, Mumpel. Komm, wir müssen zählen. Abdel sagt Bescheid, wenn du was brauchst. Gib dir was. Ja. Also ich kann dir auch mein Kugler geben, das geht auch. Ah, hier ist ne Kiste, gut. Stimmt. Ah, Schrott. Mal über Schrott. Okay, noch 26, ich hab hier. Komm, du brauchst mir nicht so ein Boxen, Mann. Sieht schon echt gut aus. Ich hab einen Kills und hier. Ich auch, lol. Ich hab null. Hab auch einen Kills. Hey, da hat einen Kills. Hey, da hat einen Kills. Scherifa, komm, ich hab einen Minis für dich. Nimm mich bitte Abdel, nicht Scherifa. Genau, Abdel. Ach so, Abdel, okay. Ich hab auch einen Kills. Ja. Nicht schlimm, aber bitte nimm mich für nächstes Mal Abdel. Okay, komm. Abdel, komm. Ja. Man hört wie Abdel, man hört wie. Ich dachte, ich dachte Abdel meinst du. Oh, oh, ich hab den ganzen Squad gehört. Loll. Die waren einfach oben auf dem Vulkan. Ja, die sind oben auf dem Vulkan. Scheiße. Kugler muss schnell nach unten. Okay, das wird jetzt wieder spannend. Oh mein Gott. Digga, warum musst du mein Kugler zerstören? Wozu, Booty? Was bringt ihr das? Da sind die. Da sind die. Die waren die ganze auf dem Vulkan drauf, deswegen. Digga. Oh mein Gott. 20er. Digga, nimm das. Oh. Ne, ich hab keinen Bock mehr. Das ist einfach zu hart. Man kann die kaum treffen. Das ist ätzend. Wenn ihr trifft. Okay. Oh, ich hab 25er. Ach, da, 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 da. Digga. 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 Ah, der eine fliegt dahin und der andere ist dort geflogen. Die sind auf, äh, alle in unterschiedliche Richtungen. Was? Wir müssen selber boxen. Digga. Digga. Okay, okay. Ich komme. Ich komme aus der Luft. Er holt sich Lootrop hier. Ah, bei Lootrop Gegner. Ne, gönn wir uns. Er ist los. Er ist los. Er ist los. Noch einer down. Oh. Oh. Noch ein Gegner. Wir schweilen sich getraut, dass wir ihn lieben. Noch ein noch. Oh, hier. Und der vierte. Oh. Oh. Ne, das ist der 5. Oh. 5. Im Grund auch immer sind das 5. Noch ein Gegner. Pass auf, pass auf. Da, 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 da. Wer ist das Sieger? Ach, wo? Update, okay. Okay. Also ich hab drei genockt. Ich muss gucken. Drei genockt hab ich. Ich weiß. Hab ihn. Noch ein genockt. Gibt's doch nicht. Wie viel hab ich schon genockt, bitte? Komm, noch einer. Ich glaube, wo denn? Komm, komm, komm. Okay, lass noch einer. Okay, komm. Ich weiß nicht. Fuck. Komm bitte. Ach, ein Crash. Komm bitte. Komm, komm, komm. Ich weiß nicht. Wenn jetzt eine Familie stirbt, dann ist Schluss. Komm, hol mich. Ach so, ja. Okay, gut. Tschüss. Haldun, Haldun, genau. Komm. Die Zone. Ich hab vier Case-Boxen. Pass auf. Ich hab fünf. Bitte. Mann, Mann, Mann. So viel genockt. Ich weiß gar nicht. Ich müsste eigentlich mehr Case-Boxen. Irgendwas ist passiert. Spaß für mich, Boxen, Mann. Hier ist die Zone. Hier ist die Zone, ja. Ich hab die Kasse. Gegner, Gegner. Ach so, ne. Okay. Ah, da sehe ich sie, da sehe ich sie. Und noch mit, Junge. Ja. Ja, natürlich direkt abhaut die. Im Haus, ja, im Haus. Ja, sehe ich auch. Ja, bleibhaut. Nein, 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 tu's nicht. Hat jemand Raketen wo nicht? 5, 2, 1, 2, 1, 2. Hast du gesehen? Gut gemacht. Ich hab verloben. Ich hab' ihn. Einer down. Einer runter. Willst du den? Der blieb. Der blieb. Der blieb. Der blieb. Er will ihn einfach heilen, er will ihn einfach heilen. Was geht ab? Er wollte ihn heilen. Der blieb. Ich hab' nex-Kiss-Boxen, Mann. Geil! Ich auch, lol! Das ist das so ein Kopf an Kopf rennen jetzt. Ja, ich helfe euch. Was ist das? Komm, da, Mann. Der blieb. Ich hab euch geholfen. Oh, oh, ich hatte keinen Engelgleiter. Oh, das Leben noch drei. Jaja, da ist noch welche. Ah, da, da, da. Ah, da ist Falle. Ich hab nur einen. Mach kaputt, mach kaputt. Mach kaputt mit. Oh, lol, das ist eine Falle. Ah nein, er ist weg. Ich hab die Falle voll abbekommen. Ich muss mich jetzt mal heilen. Komm, 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 komm. Wir mussten. Zu stark gerade. Boah, dein Leben, Mox, und dein Leben. Ja, ich bin in die Falle gelaufen. Ich hab Verbände, komm her. So scheiße. Du sagst zwar Falle, aber ich wusste nicht, wo die Falle war. Deswegen, das war ein bisschen, ja. Das ist die Idee. Komm, äh. Der ist wieder weg. Nein. Der ist zu schnell. Wieder geflogen. Man kriegt ihn nicht. Geile Chance. Wer hat gerade noch einen Fortweit? Ich hab auch, glaub ich, zwei Fortweits gefunden. Hey, komm her, Boxin. Wo? Ich hab Verbände, komm her. Äh, ich zeig dir, warte. Hier sollte der sein, hier, hier. Hier ist Fortweit. Bei mir zeigt nicht. Hey, Boxin, komm her, ich hab Verbände. Was? War falsch an dem Wasser. Noch drei Gegner, lol. Von mir. Danke. So. Ich bin Biggie. Nein! 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 Bitte nicht, Boxin, komm! Das gibt's auch nicht. Komm! Wo bist du? Uns, ganz unten. Dankeschön, Mox, äh, Mumpel. Ich seh dich nicht. Ah, da bist du. Mox, Mann, warum, ich baum, baum, baum! Ich muss verteidigen. Oh, hast du den für mich, Mox, Mumpel? Hier, hier, da. Ja, der Typ ist ein Snipergott. Ich mein, äh, Madekit oder so. Typ ist Snipergott. Ach, ok, ok. Na, können wir. Hat er geschossen? Oh, hat er mich gesnipet? Der ist auch gut. Der ist auch gut. Ah, da noch. Du hast Lackenfeuer. Ah, du lebst noch wieder Lackenfeuer, ein schönes Ding. Ich hab ihn geholt. Ja. Gut gemacht. Ok, ja, ja, ja. Ey, der spielt, der spielt ziemlich gut. Der hat den Skin von Kamo, das gibt's auch nicht. Echt? Ja, ja, er hat den Skin von Kamo. Wenn das jetzt Kamo, ne, ich bin weh. Ah, hat's blick! Ah, hat's blick! Der ist nicht so gut. Ich glaub, das ist Kamo-Boxen mehr. Kann sein. Eee, egal. Der ist nicht so gut. Ja. Ja. Ah, der ist hier. Ah, ich glaub, das ist Kamo-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu. Na gut, okay, er spielt nicht so gut. Ne, 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 das ist nicht so gut. Sein Hitling ist kennen, ich weiß. Das ist nicht Kamo-Kamu. Oh, ich bin sehr wohnt, alles klar. Geht noch, geht noch, geht noch. Ja, okay, gut. Oh, geil. Noch ein Gegner neben mir. Ich hab keine Match. Fuck. Er wird mich anschießen. Komm, ich gebe die Matchbox mehr. Komm, komm, komm. Ich bin ausgewichten. Das war richtig knapp. Okay, ja. Danke, danke, das reicht, das reicht. Weil hier ist gleich einer neben uns gewesen. Ich hab ihn gehört. Der ist vorbeigelaufen. Lass mal Update schießen. Weil er hat nur einen Kills, deswegen. Einen gehittet. 36. Okay, gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Noch einer. Da holt. Wo ist denn der Rest? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Hm. Hm. Ne. Okay. Interessant. Wo ist der Letzte, hä? Wo ist der Letzte? Wie viele Kills habt ihr alle? Im Busch. Im Busch kann sein. Im Busch. Im Baum. Ja, im Baum. Ja, stimmt. Da hat er recht. Da hat er recht. Das könnte echt ein Bub sein. Ja. Hier. Hier. Was ist das? Ja. Wie viel Schrei? Ja. 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 11 19 kids 19 kids 19 kids im team leute 19 bomb hier im team mit allen mitgliedern noch dazu mit dem neuen mitglied abdell dg vergisst natürlich ihn nicht kostenlos zu abonnieren da würde sich selber jeden abo geben gleich sehr freundlich ihr wisst bescheid